Hey zusammen! Das UND-Generationen-Tandem hat etwas Neues für euch am Start, und zwar den Karo-Oke-Abend. Hier kannst du zeigen, was du mit Maika so drauf hast. Die erste Ausgabe wird am 10. Mai, am Freitag, am 7. am Abend stattfinden. Für ein paar Betriebe ist gesorgt. Und keine Angst, es wird noch viele weitere Ausgaben geben. Bis dann, wie es heisst Karo-Oke-Abend im Hochhaus.